Dieser Account ist so unlucky, dass es nicht war. Einfach bleibender. Bitte jetzt, Crow, bitte, 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 jetzt. Gönn doch einfach zum Ende jetzt. 3, 2, 1 und... Der *** Boxer Day. Sicher dir jetzt die letzten Tickets. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bis heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Boxerin, kann ich dein Handy haben? Ich brauche dafür heute das Handy von meiner Freundin. Und ja, vielleicht ahnt ihr schon, was ich vorhabe. Brawl Stars. Ja Leute, ich bin heute auf dem Account von meiner Freundin drauf. Die liegt übrigens gerade hinten im Bett. Also die ist jetzt gerade am Start. Die hat keine Ahnung, was uns hier vorgeht. Vielleicht ahnt sie schon, was ich gerade vorhabe. Ja Leute, bald ist ja Valentinstag. Und wir haben ehrlich gesagt, wir schenken uns nichts. Und so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, sollte man sich da was schenken? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wir verbringen den Tag in Frankfurt zusammen, weil das ist kurz vor dem Boxer Day. Und da sind wir sowieso noch wegen dem Termin davor. Und dann gehen wir auf jeden Fall irgendwie essen oder so. Und ich habe mir gedacht, komm, jetzt kann ich das einfach mal rausballern. Und ich weiß ja, sie spielt ja sehr aktiv Brawl Stars. Sie hat 14.400 Pokale und hat noch nicht alle Brawler. Es fehlen noch Mr. P und Crow. Und Leute, ich werde heute probieren, alle Brawler davon zu ziehen, die noch fehlen. Also beide. Und ich hoffe, das wird nicht zu teuer. Ich hoffe, das wird echt nicht zu teuer, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Freust du dich, Boxerin? Ja. Ihr habt es gehört. Ich freu es dich. Super. Pässe kann es ja gar nicht sein. Ja, dann würde ich sagen, komm, wir laden erstmal Jams auf. Dann müsste ich mich erstmal mit meinem iTunes-Account einloggen. Äh, neun, Moment. So, okay. Oh, oh, oh. Ganz, ganz wichtig. Creator Code Pookie, Leute. Tragt den Code ein. Übrigens, das Gewinnspiel wurde aufgelöst. Es haben sich bis jetzt alle bis auf vier oder fünf Leute oder so gemeldet. Deswegen checkt nochmal eure DMs auf Instagram. Vielleicht habt ihr eine Nachricht bekommen von Creator Code Pookie. Und ich blende euch jetzt hier nebenbei noch ein paar Screenshots ein, damit ihr auch wisst, dass das Ganze real ist. Soll ich solche Gewohnheit öfters machen? Schreibt es in die Kommentare. Und lasst einen Daumen nach oben da. Dann kann ich sowas auf jeden Fall nochmal starten. Äh, ich denke, das war eigentlich eine ganz coole Aktion, oder? Was meint ihr? Okay, dann würde ich sagen, ich lade erstmal Jams auf. Oh mein Gott, da sind die Jams auch schon da. 2000 Stück. Alter, ich muss mal kurz. Boah, die Wahrscheinlichkeit auf eine legendäre 0,1557 ist schon verdammt hoch. Erstmal gucken, vielleicht gibt es irgendwie ein Angebot gerade. Nee. Äh, boah, aber da gibt es. Oh, warte mal. Das muss ich auch noch erledigen. Den Helium Boxer. Let's go. Übrigens, apropos Boxer. Checkt mal gerne www.scheißboxer.job ab. Dort könnt ihr auch, äh, ja, die Tickets kaufen für den Boxer Day in Frankfurt und in Berlin. In Frankfurt ist der schon am 16. Nichts vergessen. Ähm, und es gibt noch den Merch, ne? Also ihr wisst Bescheid. Vielleicht gibt es noch ein paar Dosen. Ich weiß es nicht. Ob es jetzt noch welche gibt, schaut einfach vorbei, wenn ihr welche haben wollt. Ja, dann müsst ihr das einfach mal kurz abchecken. So. Ähm, ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten Negabox. Let's go. Drei verbleibende Boni. Okay. Das heißt, wenn ein verbleibender Gegenstand da ist, dann wird das entweder eine Star-Power oder ein neuer Gegenstand. Ey, das ist schon wieder so ein Struggling, ne? Oh mein Gott. Bitte, bitte, bitte. Ich will einfach Pro ziehen. Ein verbleibender. Okay. Das kann jetzt alles sein. Das kann eine Star-Power sein. Das kann ein neuer Brawler sein. Und das war's. So, 3, 2, 1 und. Let's go. In der zweiten Megabox, Alter. In der, ne, in der dritten, in der dritten Megabox. Oh mein Gott. Du hast Mr. P. Ja. Hm. Hm. Ja. Mr. P. ist auf jeden Fall schon mal am Start. Richtig, richtig geiler Brawler. Leute, ihr habt es ja gesehen. Ich habe den ja auf 1000 Pokale gepusht. Alter, das ging jetzt richtig schnell. Also, das feiere ich schon mal. Komm, bevor wir jetzt weitermachen, spiele ich jetzt einfach mal die erste Runde, mit dem, auf Power 1 im Solo-Showdown. Let's go. Warum nicht? Ey, das macht so Bock, mit dem zu zocken, ne? Oh, diese Map, ne? Die erinnert mich sehr, sehr stark an Alles oder Orhan. Ähm, die ist aber leider weg, ne? Also, liked mal, wenn ihr Alles oder Orhan nochmal haben wollt. Oh. Alter. Was ein Nap. Ich meine, ich habe mich gerade so dumm angestellt. Aber ich habe gerade irgendwie gedacht, das ist ein Bot. Ey, komm, ich spiele auch nie am Handy, ne? Das ist echt schlimm. Das ist echt unfair. Aber komm, ich gewinne die Runde jetzt einfach mal. Dann sind auch direkt ein paar Pokale da drauf. Digga, wie schnell gehen denn die Leute hier drauf? Ey, die sind echt, äh, Showdown-Profis, muss man schon dazu sagen. Internet-Lags. Internet-Lags. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Let's go. Und den haben wir. Und das ist der letzte, ne? Komm, den kriegen wir auch. Zack. Zack. Ah ja, stimmt. Der kann ja auch ohne Star-Paw schon rüberschießen. Digga, wie einfach war gerade diese Runde? Ey, Mr. P ist echt ein geiler Brawler. Ja, also plus die Pokale schon mal. Das freut mich schon mal, äh, dass sie den jetzt hat. Und, ja. Den kann sich auf jeden Fall auch ordentlich hochspielen. So. Und jetzt werden weiter Mega-Boxen geöffnet. Leute, wisst Bescheid. So. Hm. Komm. Zack. Und. Oh. Akku gleich leer. Der darf natürlich jetzt nicht ausgehen. Ein verbleibender Gegenstand. Das sind jetzt erstmal Power-Punkte. Also nicht wundern, ne? Auf sowas falle ich nicht mehr rein. Das hatten wir ja schon oft genug, dass das passiert ist. Aber diesmal nicht. Okay, komm. 123 Power-Punkte. So langsam können wir den auch maxen. Alter, das ist so teuer, ne? Jedes Mal 5 Euro oder so. Naja. Was? Macht man nicht alles. Für die Klicks. Okay, weiter geht's. Zack. Okay, Power-Punkte ziehen wir auf jeden Fall on Mars. Das ist schon mal ganz gut. Äh, gleich können wir den auch schon maxen. Und dann auch die Star-Power ziehen. Die Wahrscheinlichkeit auf einen legendären ist immer noch bei 0,14. Also auf jeden Fall nicht schlecht. Und das ist auch der letzte Brawler, der ihr fehlt, ne? Pro. Der muss auf jeden Fall gezogen werden. Und übrigens, es können so viele Star-Powers gezogen werden. Ich frage mich gerade wirklich, warum hier keine Star-Powers gezogen werden. Guckt euch das mal an. Da fehlt noch fast alles. Und wir haben gerade schon so viele Mega-Boxen geöffnet. Keine einzige Star-Power. Naja. Let's go. Jetzt wird erstmal Mr. P geupgraded. Zack. Auf Level 3. Auf Level 4. Ey, das sieht so geil aus, diese Animation. Auf Level 5, auf Level 6, auf Level 7, auf Level 8 und auf Level 9. Und das war es schon, ne? Ja, da kann ich nicht upgraden. Ist logisch. Und sonst ist eh alles schon auf 9 oder 10. Ja, da würde ich sagen, weiter geht's mit dem Mega-Boxen. Ey, bitte. Das Video darf nicht zu teuer werden, Leute. Ja, da lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und lasst ein Abo da. Ein Verbleibender. Das wird was Neues. Star-Power oder Crow? 3, 2, 1 und... Ja, leider eine Star-Power. Na gut, ich meine, Mamas Umarmung für Pam ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ist eine geile Star-Power. Mit Pam zockt man jetzt nicht so ultra-oft. Aber kann man schon mal machen. Kann man schon mal machen. Die schaut's auf den Legendären. Geht weiter hoch. Das ist natürlich top. Und bitte, bitte, lass mich den jetzt einfach ziehen. Komm, wir eröffnen zur Abwechslung die große Box. Okay, hat nichts gebracht. Ich dachte vielleicht, vielleicht ist da was drin. Komm noch mal eine große. Ne. Zack. Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen nicht noch mal Jams aufladen. Ich glaube, wir müssen echt noch... Oh nein, oh nein. Wie viele Jams habe ich noch? Kurzer Zwischenstand. Uh. 42. Komm, noch eine große. Ne. Okay, Leute. Oh mein Gott, ich lade noch einmal Jams auf. Bitte, bitte, bitte. Wir müssen Crow bekommen. Digga, was? Warte mal, was? Hä? Okay, ich raff gar nichts mehr. Was war denn das jetzt? Okay, egal. Die Jams sind drauf. Das war irgendein Fehler mal wieder von Apple. iTunes, whatever. Aber, na gut. So, let's go. Weiter geht's mit den Megaboxen. Das Ding ist, große Boxen machen eh keinen Sinn. An sich, Megaboxen sind viel schlauer, ne? Hat man eine viel höhere Chance. Äh, für den Preis zumindest. Ähm, preislich gesehen, lohnt sich das auf jeden Fall mehr. So, kam eine, äh, gratis Brawlboxen noch. Hm, da war jetzt nichts drin. Lol, da ist noch eine Megaboxen Trophäenpfad. Darf ich die öffnen? Ich hab die Erlaubnis. Ich darf die Megaboxen abholen. Ach, wir bekommen eine, ähm, Brawlbox. Lol. Ich darf mal, man bekommt wenigstens Gold. Naja. Okay, die Brawlboxen hat jetzt nichts gebracht. Aber dafür jetzt die Megaboxen. Wobei, die hebe ich mir fürs Ende auf. Macht mehr Sinn. Äh, falls ich das jetzt hier nicht ziehen, sollte, das, was ich will. Und zwar Crow. Wir gucken mal. Ey, nur Gold, ne? Das Gold ist echt unnötig. Aber, da kann man sich auf jeden Fall die ein oder andere Starpower gönnen. Im Shop. Äh, da müssten wir auf jeden Fall dann eigentlich täglich neue Starpowers reinkommen. Und mit dem ganzen Gold kann man die dann wenigstens kaufen. Dann ist das nicht ganz useless. Let's go. Bitte jetzt gönn doch einfach mal. Gönn doch einfach mal Crow. Das kann doch nicht so lange dauern, bis wir hier Crow ziehen. 0,17. Dieser Account ist anders unlucky. Der ist noch unluckier als der Megu2-Account von mir. Ein Problem der Gegenstand. Bitte, bitte, bitte. Gönn jetzt Crow auf dem Account von meiner Freundin. 1, 2, 3, 2, ich kann das sehen. Let's go. Starpower. Heilende Binde von Sandy. Auch geil. 250 Trefferpunkte pro Tick. Ähm, wird gehealt in dem Umkreis der Ultim. Ist auf jeden Fall eine geile Starpower. Wobei die Damage Starpower fast sogar geiler ist. Ich weiß nicht. Hast du die schon? Nö. Okay. 800 Jams noch. Also 8, nee, also 10 Megaboxen noch. Bitte, 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 bitte. Bitte, gönn doch jetzt einfach Crow. Ey, die Chance auf einen legendären ist schon so hoch mittlerweile. 0,18. Komm schon. Das kann nicht wahr sein. So viel Gold, was hier... Junge, Junge. Come on, bitte. Komm, ich öffne noch eine große Box. Die große Box muss es sein. Noch eine große Box. Ich glaube an die großen Boxen jetzt. Komm. Nee. Ich mache jetzt nur große Boxen noch auf. Let's go. Let's go. Nee. Doch, die großen Boxen sind es. Ich glaube daran. Wir ziehen ihn jetzt einfach aus einer großen Box. Komm an. Komm schon. Crow, zeigt dich. Warte mal. 0,18. Bruder, wie viele Jams muss ich hier ausgeben, Alter? Das kann doch nicht sein. Es blinkt. Es blinkt. Bitte, bitte, bitte. 3, 2, 1 und... Star Power für Carl. Kein Crow bis jetzt. Aber naja. Immerhin ist schon mal das Star Power kommt. Die Big Boxen, die bringen mehr Luck jetzt. Ich glaube, sie bringen mehr Luck. Ich glaube daran. Ich glaube daran. Ich glaube daran. Ich glaube daran. Nein. Nein. Ich glaube daran. Das war die letzte, glaube ich. Ja, das war die letzte. Oh, nein. Okay. Wir können uns jetzt die Mega Box beim Trophäenpfad abholen, Leute. Wenn die jetzt keinen Luck bringt. Ey, guckt euch das an. Ganz, ganz kurz. Wir checken mal die Chance auf einen legendären Brawler ab. Die ist bei 0,1912. Also richtig, richtig hoch. Und es fehlt nur noch Crow auf dem Account. Das ist der letzte Brawler, der fehlt. Come on. Diese Mega Box muss es jetzt sein. Bitte. 3, 2, 1 und... Pfff. Digga, das kann nicht sein. Ey, ich muss nochmal Gems aufladen. Das gibt's nicht. Ey, das wird mir hier echt zu teuer. Das wird mir... Ey, was mache ich nicht alles für die Videos. Das ist echt geisteskrank, Leute. Let's go. Weiter geht's. Bitte, jetzt aber. Ich glaube, nach dem Video kannst du echt jedes Star Power mit dem ganzen Gold kaufen, was du da übrig hast, gefühlt. Also auf jeden Fall sehr, sehr nice. Let's go. Come on. Bitte. Digga, jetzt langsam muss der hier echt mal rauskommen. 0,2 sind wir fast schon, ne? Ey, das ist so unlucky hier gerade. Das ist so unlucky. Vor allem auch, wie wenig Star Pours hier gezogen werden, ne? Crazy. Also, da müsste auf jeden Fall viel mehr rauskommen, gefühlsmäßig. 0,2, 0,1, 3, 1, 2, bleiben da. Bitte jetzt, Crow. 3, 2, 1 und... Es ist eine Star Power. Achtet, Star Power, Booster Boost. Die Reichweite wird um 50% erhöht von der Ulti. Ey, komm. Bitte. Bitte. Gönn doch jetzt einfach Crow. Digga, das kann nicht sein. Und wie viel sind wir? 0,206. Sie geht immer höher, ne? Aber, ey, da kommt einfach nichts raus. Das kann nichts sein. Digga, komm, der wird einfach aus einer großen Box gezogen. Warte, wie viele Jams haben wir noch? Ey, das waren schon wieder so viele Kisten. Das ist so lächerlich, Digga. Diese Account, Alter. Ich verstehe das nicht. Komm. Wir öffnen jetzt einfach Bigboxen. Wir öffnen jetzt einfach Bigboxen. Digga, das gibt es nicht. Ey, die Chance ist so hoch, man. Die Chance... Ey, komm, bitte. Gönn doch jetzt einfach. Gönn doch jetzt. Ey, bitte. Gönn. Gönn. Nein. Okay, weiter geht es mit Megaboxen. Gönn. Na. Nicht meine Star Power. Gar nichts. Ey, ich fühle mich echt verarscht. Digga, ich fühle mich wirklich verarscht. Digga, das kann nicht sein. Ey, dieser Account ist so unlucky, dass es nicht wahr ist. Einverbleibender. Bitte jetzt, Crow. Bitte, bitte, bitte. Jetzt. Gönn doch einfach zum Ende jetzt. Drei, zwei, eins und... Ja. Let's go. Let's go. Crow ist da. Freust du dich? Ja, super. Oh mein Gott. Das war so eine Qual. Oh mein Gott, Leute. Da ist er am Start, Alter. Richtig, richtig geil, Leute. Crow. Jetzt endlich. Wir haben es geschafft. Ey, ich dachte echt, das wird gar nichts mehr. Ich dachte wirklich, das wird einfach nichts mehr. Naja, dann bin ich natürlich jetzt umso mehr froh, dass wir es jetzt hier geschafft haben. Richtig, richtig geil. Leute, das ist schon ein geiles Bild, so Crow. Oh mein Gott, richtig schön. Richtig, richtig schön. Und jetzt sogar noch zwei Boden. Ich werde erstmal einen Screenshot machen. Zack. Crow gezogen. Palm, Fotoshooting. Uh, lecker, lecker. Und let's go. Wir ziehen noch ein Ticket. Und oh mein Gott. Nice, Leute. So muss das sein. Du erhältst 391 Gold und Crow. Mega geil. Also ey, das war so knapp. Das war die letzte Megabox. Das war einfach auf real die letzte Megabox von diesem ganzen Opening. Digga. Wie krank. Also eigentlich Glück im Unglück, ne? Naja, Crow ist jetzt auf jeden Fall am Start, Leute. Ich habe es geschafft nach so vielen Gems, ey. Das war echt ein bisschen übertrieben. Aber naja, ich würde mich da natürlich freuen, wenn ihr mich dann supportet und den Creator-Code Pookie im Shop einträgt. Leute, ich meine solche krassen Openings. Seid mal ganz ehrlich. In ganz YouTube Deutschland seht ihr nur bei mir. No front an die anderen. Aber ich bin einfach geisteskrank. Leute, wir sehen uns. Lasst uns auch noch um, da lasst ein Abo da. Bis dahin und ciao. Bis dahin und ciao. Vielen Dank.